Ich helfe dir da nicht, aber da musst du selber mit fertig werden. Bist du mal mit ein paar Weiber fertig? Ja, ne, ist klar. So, Benno wird wohl nach dem heutigen Tage sagen, Weiber, ich will ich nie wieder was mit zu tun haben. Also den hat er mal schon dreimal abgesächt, den Baum, aber der wächst immer wieder. So, aber ist doch gut, solange ein Baum wächst. Ja, der hat so eine Krankheit. Die Kirschen werden nichts. Die vergammeln jedes Mal sofort. Und jetzt haben wir eine wirklich schon bis ganz unten. Und dann kommt er wieder und dann sagen wir immer, okay, wer so hart ist und bei uns überlebt, der darf dann auch weiter wachsen. Und dann wird er irgendwann wahrscheinlich wieder abgeschnitten. Klaus, nimm sie mal ein bisschen, die ist völlig fertig. Nimm sie mal ein bisschen auf den Arm, die ist völlig fertig. Jetzt weiß ich, warum ich keine Mädchen haben wollte. Weil mir die alle für Zuckeleien. Dafür habe ich mehrere. Da hätte ich jetzt auch gerne noch einen von den Rüden. Ich habe ja auch mal zwei gehabt. Aber es ist schon ein paar Unterschied, ne? Knutsch. Benno, ich würde es nicht versuchen. Ich habe es dir gerade gesagt. Sag du vielleicht, können wir beide eventuell... Ach, gib dir mal die Rüden haltung an. Kannst du mit dem Ring gehen, oder? ... Du bist auch wichtig. Ohх, gib Diese! Vielen Dank.